Vor einem Ritt zu den Weidegründen und den Herden erzählt Gilles, was sie aus ihrer glatten East Coast Welt ausgerechnet zu Mimi und Tom geführt hat. Es war mehr als ein Resort, mehr als ein Vacation, nicht reales Ranchwerk. Hier habe ich die JX Ranch gefunden und so habe ich mich mit Mimi gesprochen, was sie hier macht. Es war etwas interessiert mich, weil ich wirklich wollte reales Ranchwerk, die Rundung der Kattel und wir haben zu machen, was auch interessant ist. Es war sehr interessant und es ist etwas, was ich immer wollte, und ich finde es einfach toll hier, es ist sehr offen und schön und die frische Luft, compared to home, and the openness has just been amazing. It's really been wonderful. Tom and Mimi are wonderful hosts and hostesses and host and hostess. And she's a wonderful cook and a great teacher to learn anything about the ranch itself. We accompany Mimi and Jill. Today they are looking for a lost cow. It's a bit of a cold. It's good that Tom and his old Jeep from the 40s. It's a great feeling. But we can't follow all the way around and discuss the road. We'll see you next time. We'll see you next time. My name is Tom Sidwell. I was born and raised in New Mexico. I grew up in a ranching family. My father was an old time cowboy. My grandfather was a cowboy. And a rancher. And his father was also before him. And I've always enjoyed being a rancher and working with cattle and working outdoors. When I graduated from college, well, I worked for the United States government for 10 years. And I started back into the ranching business again. I went to Texas and managed a ranch in Texas and then moved back to my home country and managed some ranches. And then Mimi and I have bought and sold several ranches. And that's what we want to do. The JX brand is an old New Mexico brand that was given to Mimi. When we moved here, this ranch was in pretty poor condition. It's a very nice area, very nice neighbors. And there's a lot of potential here for the land and for the ranch, for the future. And so we feel good about staying here. Mit den Nachbarn werden rasch die neuesten Nachrichten ausgetauscht. Dann geht es weiter rund um die mit 7000 Acres für uns riesig scheinende, für die Amerikaner eher kleine Ranch. Die JX teilt sich landschaftlich in zwei Zonen. Ein niedriger gelegener Teil mit kargem Buschland und die üppigeren Weiden auf einem höher gelegenen Plateau mit einer steilen Bergkante Richtung Texas. Von hier schaut Tom schmunzelnd, aber auch mit gewissem Stolz über sein Land. Dann geht es rumpelnd wieder runter zum Ranch House. Mimmi in mit nirre Herde. Hier fühlt sie sich wohl. Das ist ganz offensichtlich die Erfüllung ihres Traums. Wir haben hier für etwa drei Jahre. Und wir pastureen yearlings, steers. In der Sommer haben wir Corriente cows. Wir verkaufen roping cattle für team roping, bulldogging, calf roping, und so weiter. Weiter auf der Suche nach der verschollenen Kuh, die einfach nicht wieder auftauchen will. Das ist langwierig und mühsam. Dafür entschädigen die Blicke auf die herbe Landschaft New Mexikos. Das ist unsere Mission heute. Ich wollte nur hier sehen, dass wir hier passen. Ich habe keine Ahnung, was passiert. Zeit für den Abschied von Jill. Noch ein Abschiedsfoto und Tim, unser Kamerasi, übernimmt ihren Part. Eher an Autos gewöhnt und nicht ganz so erfahrener Reiter, vermisst er Gas und Bremse. Am nächsten Tag scheint ihm auch der Autositz extrem hart, aber das ist eine ganz andere Geschichte. Auf Wiedersehen. συνabeling. Nach uns zu zeigen, alle überallかな W character! Wir sehen uns буде fürpi间 kein Weg zum Überzeugen! An terminegangenstift? Von Sink som. Untertitelung des ZDF, 2020